Ah, das war jetzt richtig gut, gell. So ein bissl Bewegung. Und die frische Luft. Aber sitzen du dir zwei auch ganz gut, gell? Ja. So, grüß Gott beieinander. Grüß Gott. Darf ich schon was zum Trinken bringen? Oh ja, ich hätte gerne ein Häls. Ein Häls für den Herrn und für die Dame? Bier packe ich jetzt nicht, ein ganzes Bier. Ich nehme erst einmal ein kleines Glas Wasser, bitte schön. Sicher? Sicher. Ein kleines Wasser, genau. Gut, danke. Und wegen dem Essen, ich bring die Karten dann gleich, gell? Nein, nein, ich wüsste schon. Ihr habt doch draußen ein angeschriebenes Tagesangebot, eine Schnitzel mit Pommes. Das würde ich nehmen. Einmal eine Schnitzel mit Pommes. Und für die Gattin auch? Ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt noch gar keinen rechten Appetit. Ich brauche nichts, Dankeschön. Sicher. Sicher. Gern. Dankeschön. Bitteschön. So, dann haben wir jetzt da ein Häls und ein kleines Wasser für die Dame. Danke. Zum Wohl. Uns essen ist auch gleich soweit, gell? Ja. Boas, möchtest du jetzt auch ein Bier? Einen kleinen Schluck vielleicht. Für den Geschmack, weißt du schon? Ja, für den Geschmack. Genau. So ein Bier ist schon ganz was Gutes, gell? Ja, vor allem Mai-Bier. So, und da haben wir jetzt das Schnitzel mit Pommes, gell? Einen guten. Dankeschön. Was? Hast du jetzt doch Hunger? Nein. Einen Pommes vielleicht. Darf ich? Und wie ein Schnitzel? Mh, gut. Nicht zack. Magst du das probieren? Einen Pissen vielleicht. Einen Pissen vielleicht. War das jetzt gut auch? Ja. So, ist alles recht gewesen. Sehr gut. Darf ich sonst noch irgendwas bringen? Nein, danke. Für mich nicht. Mö, hättest du noch irgendwas? Nein, danke. Mir ist der Appetit vergangen. Sicher? Sicher. Ja, dann dürft man da noch mal zahlen, bitteschön. Ja, gern. Bring die Rechnung, gell? Danke. Sechst, gut, dass ich so wenig bestellt hab. Weil wenn wir jetzt alle zwei was gekriegt hätten, das wär wieder sauber zu viel gewesen.